So meine Freunde da mit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play System Shock mittlerweile wieder im Wartungsbereich im letzten Part haben wir ja die Sicherheitsabriegelung abgeschaltet und ich hoffe mal wir sind jetzt irgendwie auf dem richtigen Weg weil ich hab keine Ahnung wo wir sind ehrlich gesagt genau weil wir sind wieder in einem neuen Bereich. Oh ja. Ah ja. Beste. Pass auf, jetzt zu Ende. Oh Mann ist das geil. Hier waren wir halt auch schon. Wir haben nur Müll hier ne. Benutzen? Oh geil. Besoffen. Nö. Oh hier sind wir jetzt wieder. Ja anscheinend ist immer noch keine Wartung erforderlich obwohl wir den letzten Part noch die Sicherheitskacke umgeschaltet haben. Na gut. Wenn wir es nicht brauchen, dann brauchen wir es nicht. Dann würde ich sagen, auf in den nächsten Bereich zur nächsten Ebene. Boah, was sollen wir sonst hier ne? Hier waren wir auch noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Alter, was, äh, was? Was explodiert denn da bitte? Boah, Junge, Alter, wie viel halten die Drecksviecher denn aus bitte? Ne, die werde ich nicht einsetzen. Ne, die werde ich nicht einsetzen. Falsch. Hey, eigentlich können wir zum Reaktor einmal fahren. Ich glaube, das geht schneller. Weil ich werde jetzt bestimmt nicht dafür, äh, Matkit einsetzen. Ne, da lang müssen wir. Nein, da lang müssen wir. Scheiße. Das ist doch ein Grund. Ja, das funktioniert. Ich bin gar nicht. Donto? ��다 war? Da war. Ich dachte, was er nicht anders. Ich dachte, dass ich nicht anders war. Oh Gott. Ich gehe jetzt hier ja, ich gehe. Ich gehe STAR- Ich mache das zu dich. war die tür zu eigentlich die ganze zeit ich verstehe einfach nicht wie man da dran kommen soll junge ich verstehe es wirklich nicht ich verstehe einfach nicht wie man in die wartung reinkommt wir haben doch das ding abgeschaltet unten also muss die wartung doch jetzt eingestellt also dass man da reinkommt aber nein anscheinend nicht es war halt wieder so komplett sinnlos einfach hier rein zu rennen wir könnten hier unten noch mal gucken was wird auch zu sein ich check einfach nicht was die wollen wir wollen ja ehrlich eigentlich haben wir das doch gemacht hier wartung des taktionen lasers der taktionen bergbaulaser benötigt für eine optimale funktionstüchtigkeit jährliche wartungen die wartung erfordern die deaktivierung der sicherheitsverriegelung des schildes um zugang zu den internen das zu bekommen haben wir gemacht die wartungsmannschaft hat zugang zum code zur überbrückung der sicherheit jedoch wird für notwendiger bäcker für eine wissenschaftsführung haben wir den code haben wir wir haben die sicherheitsabregelung gemacht hier der code muss ins sicherheitsüberbrückungsbedienfeld auf der reaktorebene eingegeben werden achtung wird die sicherheitsberrückung von dem fortsetzen der regelmäßigen werber betritt nicht erneut aktiviert aber das haben wir doch gemacht wir haben doch die sicherheitsabregelung aber wieso komme ich denn hier nirgendwo rein dann ich verstehe es halt nicht mann was wollen die denn noch von mir ich habe das gefühl dass mich die scheiß drecksmücken hier die ganze zeit zerstechen ne scheiß sommer naja eigentlich sind es nur die mücken die scheiße sind beim sommer finde ich drecksviecher also ich verstehe wirklich leider überhaupt nicht warte mal warte mal kann es sein dass vielleicht auf der reaktorebene der schalter der vorher nicht funktioniert hat jetzt funktioniert wo noch irgendwie autorität oder so erforderlich stand also man kann es versuchen es ist es ist echt mega verwirrend also wirklich mega verwirrend weil hier war jetzt ein schalter aber der wird wahrscheinlich auch jetzt safe nicht funktionieren ne autorisierung erforderlich ich weiß halt überhaupt nicht leider was sie von mir wollen es tut mir leid ist ich blick's nicht wir können ja wieder wieder nochmal auf die wartungsebene gehen und nochmal auf den anderen bereich von da aus gehen weil tut mir leid leute aber ich blick nicht was wir hier sonst doch jetzt machen sollen ehrlich gesagt was sind das hier eigentlich achso hier ist ja ok das haben wir schon aber sonst ist ja hier auch gar nichts mehr hier kommen wir nicht rein da oben kommen wir nicht rein und hier auf den seiten kommen wir auch nicht rein obwohl wir die sicherheitsabregelung abgeschaltet haben also also okay mhm ja das geht ja sowieso nicht das ist hier unten gewesen da waren wir glaube ich überall schon jetzt erstmal hier recyceln damit wir wieder ein bisschen Platz kriegen jetzt werden wir gleich mal den Aufzug da nehmen und dann Richtung Lager gehen weil was sollen wir sonst machen noch Leute hier sehr einladend so wer schießt er jetzt ach so die sind das ok rück dich also es scheint schon mal ein sehr riesiges Gebiet zu sein mal wieder so wie ich das sehe dum 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 so wie Tja, der weiß doch schon. Oh, und Kredit. Boah. Alter, wie viel Munition hier ist. Heilige Scheiße. Das klingt nicht sehr... Oh nein, nicht diese Arschlöcher wieder. Hat nichts gebracht, oder? LOL, was ist denn das? Was ist denn das? Äh... Okay... Flugmutant, alles klar. Wenn es sonst nichts ist, aber ich will mir nochmal neu laden kurz. Weil wenn ich jetzt nicht schon gespeichert hab... Ne, hab ich noch nicht, okay. Weil ich will nicht die Granate für so'n Vieh opfern. Ähm... Okay, das lassen wir immer so stehen am besten. Mann! 93%. Da ist ne Recyclingstation hinten. Ne Aufladestation wär jetzt cool. Für, äh... Strom und so. Ja. 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 Ich bin nicht sicher über die Bots, aber... Ich... ... war falsch. Ich habe einen Verwärter für Plastik in den Verwärter 1. Er kam nach mir, und ich habe gar nicht mehr erkannt. Die Plattformen sind jetzt verraten, und ich habe... Ich habe Wong's body. Die Botsamilfru. Bastards. Ich höre Mutanten. Oh mein Gott. Ich höre Mutanten. Oh mein Gott. Nö. Ach du Scheiße. So, ein Witz jetzt, oder? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Uh. Stellt Energie vollständig wieder her. Nice. Nehme ich direkt. Und das ist für schlechte Zeiten. Boah. Also, der ist äh... Ladebot. Ist das? Alter. Das ist nur ein fucking Ladebot. Ich will gar nicht wissen, wie dann die Sicherheitsstufe 3 Bots sind, ey. Einige Scheiße. Nein. Oh, der hatte ja gar nichts bei sich. Toll. Ah. Er fällt runter. Und? Und? Komm. 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 Wo waren das eigentlich? Hier war das. Oh, der war aber gemeingefährlich. Wie viel Munition wir haben, man. Das ist ja... Ich dachte eigentlich, ich wäre jetzt schon wieder leer. Teflonbeschichterte Munition. Geil. Oh. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Teflon-Munition nicht sonderlich viel gebracht hat. Gott. Ach, hier ist diese Knotenscheiße. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich die jetzt zerstöre, kommen wieder wahrscheinlich 50.000 Cyborgs, Alter. Wenn das nicht schon alles hier gewesen ist. Wenn das nicht schon alles hier gewesen ist. Zuhilfe auf die Ladestation gewährt. Okay, ich werde nicht angegriffen anscheinend. Ladestation. What? What für Ladestation? A la... Warum so verwirrend? Ich habe hier über so kleine verkackte Drecksinsekten rumfliegen, ne? Wenn es die Hitze nicht ist. Dann sind es Mücken. Oder irgendwas... Oder Schneider oder Motten oder was weiß ich. Hier fliegt ja alles rum heutzutage. So, ich glaube das war es. Hier ist nichts mehr. Glaub ich. Sicherheitsniveau ist auch schon fast komplett auf Null. Also viel ist hier anscheinend echt nicht. Von wegen Gegner... Boah, Alter. Ich dachte schon jetzt... Ach, hier ist eine... Ah, Lul. Hätten wir ja gar nicht aufladen müssen. Ey. Scheiße. Hätte ich das mal eher gewusst. Was denn das? Magnetpuls-Magazin? Waren wir ja schon ewig nicht mehr gefunden. Oh Gott. Das waren noch niemals alle. So, wenn die scheiß Musik jetzt nicht so wäre, dann würde ich auch mal ein bisschen hier was hören. Von wegen Gegner. Schon wieder Munition, Alter. Ey, wie viel Munition die Viecher haben hier. Krass. Das ist ja krass. Okay Leute, also wenn ihr mal out of ammo seid hier. Geht in Storage. Da findet ihr... Munition und Gegner. Ah, liebe Scheiße. Hm, und ich bin fast tot. Aber immerhin hat er ne MP-Gonate gehabt. Watt ist das denn? Cyber-Boots. Turbo-Bewegungsstiefel. Sexy. Und dann auch noch in Pink. Boah. Oh shit. Ey, die Scheiße. Die gehen aber ab. Aber das verbraucht halt Energie, ne? Oder? Na, aber wenn dann nicht viel. Ja, das verbraucht Energie. Aber nicht viel zum Glück. Ich find's halt schade, dass man jetzt nicht umschalten kann zwischen... Oder warte mal, das kann man doch bestimmt hier umschalten. Doch, doch, hier. Ja, eigentlich brauchen wir das aber nicht unbedingt jetzt. Also, so ganz unbedingt brauchen wir das jetzt nicht. Hier waren wir doch schon, oder? Ja, doch. Ja, toll. Wollte ich schon immer mal haben. Die wollte ich aber schon immer haben. 19%. Das kann man aufmachen, hundertprozentig. Wo ist die scheiß Kamera? Die scheiß Kamera sind Near7. Die Dersagen sind schon immer mal human. Er podealte mich klar. Bis zum nächsten Mal.